Musik Mal wieder am Start und ordentlich durch am Craft. Die Munitionsproduktion ist im vollen Gange. Aber ich habe eine Kleinigkeit vor, ich brauche eine Unterwasserbase. Und nicht nur so eine kleine stinkige Höhle, wo man nichts großartig mit anfangen kann. Ich brauche eine große Höhle, wo ich dann schön in Ruhe mir ein paar Mosas aufziehen kann oder ähnliches halt. Und dafür habe ich eine Artefakt Cave im Sinn. Hier baut ein großer Tribe, komme ich nicht rein, aber die hier ist womöglich frei. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an den Unterwasser, an die Unterwasser Cave, die ich in der letzten Season belagert habe. Ich versuche mal mein Glück. Ich glaube, ich habe den echt ready, ne? Ja, ja. Ha, 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 ha. So was Unfaires. Ja, ja, so unfair, also ich will nicht mehr auf dem Server. Da muss ich euch leider recht gehen, das ist wirklich ein bisschen krass. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch, Leute, an den Tribe, der mein Gewächshaus weggeraidet hat. Tribe of Zakaria. Stöte die jetzt alle, ne? Von Zakaria. Ja, hat Zakaria getötet. Zakaria hat meine Base geradet, leider auch mein Tech-Generator. Die haben in einer Höhle gebaut, zum einen hier Artefakt des Gewaltigen und dann auch in der Unterwasserhöhle in der Großen, wo ich vorher auch drin war. Und mein Plan ist es, die jetzt da wegzufatzen. Ich gucke mal, ob das damit überhaupt funktioniert. Ich weiß nicht, ob die online sind. Ich würde ja direkt hier vorne eine FOP bauen, ne? Einfach hier schon. Oh, guckt euch das an. Oh nein, wie krank ist das denn? Oh, ho, 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 ho. Wenn ich so durchgucke, das ist schon crazy, ne? Richtig crazy. Meine kleine Kuppel ist an. Sehr, sehr viel hat er nicht, aber ich gehe mal so ein bisschen tanken, würde ich sagen. Boah, ist das eine Dreckswoll, Alter. Sind die gar nicht voll, oder? Ja, ich bin nicht nah genug dran. Dann habe ich mich schon wieder ein bisschen erschrocken. Nur eine Runde. Das hat wehgetan. Die Dinger schießen nicht. Absteigen. C4 Placemaster. Zurück. Zurück. Tür zu. Schaden wurde gemacht. So Step by Step, ne? Das ist so krank, Leute. Das ist so gestört. Wenn ich hoch backe, ist Feierabend. Gut. Okay. Okay. Immer schön unten halten. Zurück. Close the door. Draufsteigen. Wegdrehen. Geil. Hahaha. Freunde. Genau das. Ich bin so der Mast auf Spannung. Pff. 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 Da ist nicht, das ist ganz vielegange. Ich bin jungen der Christianne auf der Kante und, das sind die Trueller Derung für Okieren. TAlsch. Zurück. Waublemmen. Zurück. Versammlung. Pff. Loser öffne. Längene. Man ferme. okay sieht schon mal gut aus stück zurück und ein loch ein bämsen alter hinten kriecher die seite auch noch ok zurück das war gut der match hey ich bin unten rausgepackt scheiße nein scheiße oh mein gott ja ich hätte unten wegreißen sollen ok schwein automatisches heilen einmachen genau den brauche ich was ich hier habe ist ein menschen und ich habe noch ein weiteres menschen eingepackt was natürlich ziemlich dumm ist das heißt das packe ich wieder weg und stand mir das weibchen ich brauche das meldbus zeugs war 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 Ja, komm schon, Baby. Das sind schon ein paar leere, mach ich damit weiter, ich steck die scheiße leer. Das knattert schon weg, ne? Dummerweise war ein Teil der Aufnahme nicht im Kasten, Leute, es gelang mir, die Wall leer zu tanken, tatsächlich. Ich meine, zweieinhalb Tore zu bauen, ist eine Sache, aber die müssten auch mit Munition gefüllt werden. Keiner der Tore hatte mehr als 500 Schuss, kein Problem für ein paar Basis. Das Abenteuer geht weiter. Basi läuft, raus mit dir. Mit dem kann ich mir jetzt alles holen. Jawoll, das sieht aber gut aus. Haha! Was scheppert schon, wa? Es wird schon weniger, ja. Ja. Ich glaube, hier ist auch immer eine Munitionskiste. Okay, der Hai. Der Pass. Der Pass. Sauber. Sauber. Diese verdammten Drecksturls, ne? Die dann Steinen hängen. Okay, ich werde mit dem Glaukus jetzt weitergehen. Mal folgendes. Ich flitze rein. Den nehme ich mit. Komm her, wo bist du? Anhalten. Den brauche ich nämlich gleich. Der muss safen. Der safet mich jetzt da drin, ne? Du rasierst jetzt hier alles weg, Junge. weg mit euch. Das ist echt crazy. Ich meine, ich sehe jetzt nichts von wegen Torets. Ich bin drin. Ich bin drin. Hehehe, Element. Was hat er hier drin? Die Blumen nehme ich mit. Ich nehme alles mit, alles mit, alles mit. TP, ne? Ich will die Fiescher haben. Der Rebli. Metallbarn. Metallbarn. Da ist noch eine Schmelze. Oh, ja, Baby. Okay, als erstes den TP. Okay, das sind Fiescher. Kryos, Stegos. Was haben die denn für einen Wert? 29er Wert? Normale Stegos? 29er? Das ist doch scheiße. Den brauche ich gar nicht. Und hier? Ein Giga. Den nehme ich mit. Diabear. Weiß ich zwar nicht. Giganto Raptor. Haha, die nehme ich mit, Leute. Jetzt haben wir. Jetzt kommen wir durch. Ja, geil, Alter. Muss hier alles wegheaten. Da ist auf jeden Fall bestimmt was runtergefahren. Da sind sie. Der zeigt hier nur Empty Kryopods. Rechse. Danke. Der zeigt immer Empty Kryopods an. Das stimmt gar nicht. Ja, gemischte Fiescher. Danke. Bam. Genauso gehört sich das. Tresor. Ein Artefakt. Kühlschrank. Eier. Giganto Raptor. Und Giganto Raptor. Den nehme ich. Der ist Müll. Nächster Kühlschrank. Fleisch. Braucht man nicht. Nächster Fleisch. Blumen. Ich bin so faul dafür, ne? Die Scheiße zu sammeln. Noch ein Kacharo-Ei. Geil. Okay. Perfekt. Das zwirbel ich hoch. Kann ich drauf zugreifen? Desposite? Ne, kann ich nicht. Reicht das, ob ich gegenballer? Ja. 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 Schade. Wirklich schade. Cayman. Ah. Giganto Raptor-Eier. Geil. Leute. Da habe ich irgendwas verpasst. Die Rex-Eier nehme ich mal mit. Das nehme ich auch mit. Ja, das ist das ganze Fleisch. Ne? Das nehme ich auch mit. Da. Zack, 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 zack. Was haben wir hier? Das sind auch nur Fleisch und Beeren. Dreimal Kuchen nehme ich mit. Das Fleisch nehme ich auch gerne mit. Dann haben wir hier Blumen. Und Fleisch. Da ist nichts Besonderes. Da haben wir ja echt noch einen Generator da stehen. Kleiner Fab. Oh, das sind die Schränke. Guckt mal. Ich muss mir ja alles angucken, Leute. Geil, das nehme ich mit. Das ist Schrott. Was ist das denn für ein Ding? Raketenwerfer-Ziel suchen. Das nehme ich auf jeden Fall. Das auch. Der Rest ist Mist. Da ist nichts. Das ist auch nichts. Juhu. Da haben wir noch ein paar. Wo sind die Blueprints? Hey, auf die habe ich ja Bock. Die Spitzhacken-Blueprint. Ah, jawohl. Da kann man der Sache schon näher, Leute. Die 300er-Schwerter nehme ich mit. Die Flachs. Die brauche ich. Danke für die Flachs. Da haben wir noch eine Peitsche. Ein bisschen Munition. Das ist Mischmarschrank, ne? Okay. Dann nehmen wir mal den Mischmarschrank mit. Das kann ich verschrotten. Da haben wir noch ein relativ gutes Ding. Die Artefakte, ne? Das ist unwichtig. Cayman-Fabrikator. Den nehme ich mit. Enter-Haken. Dann haben wir hier, was haben wir da? Juhu-Tyrano-Sattel. Tylaculeo. Tericino. Oh, 733er Blueprints Flinte. Geil. Dann hätten wir ja hier noch die Tylaculeo-Sattel, die ich mir mitnehmen kann. Die nehme ich mit. Das nehme ich alles mit. Die Sache ist noch nicht zu Ende, Leute. Nehme ich auch noch mit. Das ist korrekt von dir. Nicht, dass ich hier noch irgendwas übersehe, was sehr, sehr wichtig ist. Ich werde gleich die ganze Bude hier hoch. Ja, da sind sie. Geil, da sind sie. Haha, die ganzen Blueprints. Okay, da werde ich jetzt auf jeden Fall nicht sortieren. Die nehme ich alle mit. Dann habe ich hier noch... Oh, noch mehr, Leute. Uh, 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 Granaten-Blueprint. C4-Blueprint. Flak. Das Ding nehme ich mit. Geil, ey. Das ist super. Boah. Giga-Blueprint-Sattel. Geil. Die fehlten mir noch. Oh, noch viel, viel mehr, Freunde. Mitnehmen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Scheiße. Dann wäre er fool. Boah, bitte. Ich brauche Schießpulver. Ich brauche Munition. Ohne das ganze Paket. Nichts haben die da, Alter. Spreng mal die Scheiße da weg, ey. Die ganzen Blueprints. Ich bin schon wieder fool. Dann werde ich jetzt diesen Schrank hier nutzen. Für das ganze Zeugs. Wow. Ha, ha, ha. Okay. Schaut euch die Scheiße da unten an. Ich muss die ganzen Dinger wegfressen hier, ne? Da ist ebenso noch Cryos. Jawohl. Das sind noch Stegos. Das ist ein gutes Stegos. Die nehme ich mit. Dann haben wir ja hier noch den Pulmoner Scorpius. Okay, nice. Ein Thylakoleo. Ein Trike. Ich nehme die Viecher alle. Das Ausmisten kommt ja eh immer später. Dann bin ich hier durch. Okay, habe ich die erste Fuche schon mal weg, Leute. Allein das ist schon ein Sieg jetzt, ne? Inventar öffnen. Du brauchst das. Ich brauche das C4 Abflug. Ich will mal wissen, was hier noch so los ist. Okay, hier habe ich nur die Viecher. Die sind uninteressant. Ich glaube, dass man da auch wieder so ein paar Tuppets haben. Wir haben auf jeden Fall einen Dinger. Flowers. Wie süß. Da sind aber keine Flowers drin. Okay, da ist nichts. Mit, da ist auch nichts. Guckt euch die Typen an, was die hier zaubern, ey. Da ist ein Tresor. Den will ich mir angucken. Uh, Blueprints, baby. Nehme ich mit. Dann haben die hier. Krass, die haben hier voll das unterirdische Ding gemacht. Läuft. Läuft. Element nix. Electronics. Da gehe ich rein. Kryoport, den Pelikan nehme ich mit. Spieler. Sakarya gekillt. Geil. Den nehme ich mit. Die waren tatsächlich hier. Ein bisschen Munition. Wie süß. Das SWAT-Zeugs. Das Tech-Zeugs. Die Munition. Die Munition. Das ist ein Glaukussattel, ne? Den nehme ich mit. Glaukussattel, Alter. Die nehme ich mit. Das nehme ich mit. Was ist das denn hier? Gamma-Aufstieg-Implantat. Süß. Die Federn nehme ich mit. Dann sind hier noch... Ah, das ist das persönliche Zeugs hier. Leute. Jawohl. Das nehmen wir mit. Was haben wir hier noch? Ja, das und das. Geil. Da ist hier auch noch ein Kollege, ne? Was ist mit dir? Kann ich so nicht, aber es ist immer ein Tag von dem zugreifen. Dann hat der hier Spitzhacke, Axt. Das nehme ich mit. Die Flintengedöns nehme ich mit. Das Elementsplitter-Zeugs nehme ich mit. Der hat auch noch ein paar Viecher hier. Spreng mal die Bude mal. Hier und hier. Und hoch damit. So. Alles hochknallen, Alter. Die Moshe-Urms. Ich meine, guckt euch das an, was die hier so unterirdisch machen. Darauf bin ich scharf hier. Jawohl. Da bin ich scharf drauf. Leute, ja. Da ist es. Der fette Schatz. Schießpulver. Komm, Mann. Hochjagen. Hochjagen. Geil. Aber das ist nicht so viel. Da. Schon besser. Wasser. Ja. Alter, was haben die? Wie haben die das denn hier bitte schon gebaut? Schießpulver. Alles. Boah, Leute. Das nenne ich Lod. Ich muss das anders machen. Ich muss die so machen. Ja, so muss ich das machen. Okay. Was ich brauche. Metallbarren. Baby. Zündpulver. Holzkohle. Elektronik. Element ist leer. Leider. Ölkristall brauche ich nicht. Zement. Habe ich mal als genug. Okay, der Repli. Geil. Da ist ein großer TP drin. Nenne ich mit. Essen. Blueprints. Alles. Ich gönne denen nichts mehr. Geil. Geil. Kein Metall. Das brauche ich gar nicht. Ich nehme es trotzdem mit. Jawohl. C4. Bier. Dann haben wir da auch nichts. Was ist denn los mit euch? Ah, hoho, Leute. Gönnung. Ah, die nehme ich auch mit. Ich habe genug davon. Ich brauche eigentlich gar nicht so viel. Wow, Leute. Das wird ja immer besser hier. Ah, die nehme ich auch mit. Spare ich mir Schießpulver beim Herstellen von Munition. Auf jeden Fall. Bin sicher, dass hier irgendwo noch was Dickes ist. Brauche ich echt nicht. Habe ich es trotzdem mit. Haben wir den auch komplett weg? Dann mal hier. Alter, haben die gezockt. Die haben richtig reingezockt, ne? Schaut mal hier. Ja, da ist er doch. Wer scheiße. Ich bin wieder überladen. Ich muss weg. So, jetzt muss ich mal da rein. Mach mal auf die Tür da drin, ne? Als ob. Als ob. Voll die Pinguinfarm, Leute. Dann wollen wir mal. Wieder das Glas zerschrottet, ey. Ho, 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 ho. Weg mit der Scheiße. Jawohl. Loll. Ey, ich sag doch, hey, die Fischer haben alle Male voll den Stuff am Start. Jetzt guck ich mir den Giger an. Na, was ist mit dem los? Ich kann den nicht beißen. Wieso kann ich dich nicht töten? Der hat da auf jeden Fall auch Stuff. 51 Element. Irgendjemand hat der Element auf Tasche. So, jetzt hole ich mir zum Schluss jetzt den Giganarch. Ja, den hole ich mir jetzt. Süß. Ich hatte eigentlich gehofft, irgendwann mal hier so 5000 Element zu kriegen, aber nein. Okay, Endspurt, Leute. Ich bin mit dem Glaukos gerade dabei, den Giger jetzt so frittend zu machen hier, ne? Ich konnte mit dem Rex gar keinen Schaden machen. Das war komisch. Mach mal jetzt mit dem Glaukos kurz im Prozess. Solange ich den Timer oben rechts habe, geht das klar. Das war's. Kann ich jetzt nicht drauf zugreifen? Doch. Den Giger sagt, nehme ich mich mit. Stimmt's, mein kleiner Freund? Nein, was hast du noch im Inventar? Tja. Ich habe hier wirklich alles Mögliche abgeholt, ne? Nur nicht so krass Element, wie ich eigentlich erhofft habe. Aber die sind ja auch gar nicht auf Tektoritz und so weiter gegangen. Das waren ja lediglich heavy so Normals. Wenn hier doch irgendwo Element ist, dann ist das irgendwo in irgendeiner Felsritze versteckt. Gut, Leute, dann travelen wir ab. Wir haben alles mitgenommen, alles gekillt. Und ja, ich bin zufrieden. Auf jeden Fall. Ich werde aber die Tage hier reinkommen und die Höhle ein bisschen clearn, damit ich hier bauen kann. Habe ich zumindest nämlich vor. Gut, schnappe ich mir den Kollegen hier. Und dann dampfen wir ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Vergesst nicht, ein Abo da zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 . Ciao. Vielen Dank.